Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Schnell raus, komm raus, 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 raus. Geh mal zur Seite, komm mal raus. Sandy, Scheiße! Warte, warte, warte. Fuck, was ist denn passiert? Nichts. Ist alles gut. Warte, gib mal vom Auto weg. Chantal, film weiter, film weiter. Warte, warte. Was filmst du denn da überhaupt? Leute, war das nicht ne coole Challenge? Warte, stopp, stopp, stopp. Gib mal her. Was war das nicht so coole Challenge? Warte, lass mal gucken, was überhaupt passiert ist. Was war cool? Ist dir noch mehr passiert? Da hast du gemerkt, dass du blutest. Es ist alles gut. Wir müssen weiter filmen. Wir müssen weiter filmen. Ach guck mal, das ist ja immer ... Wir müssen nicht weiter filmen. Was denken die denn über uns? Chantal, wir müssen weiter filmen. Denken die, so was ist cool? Nein. Was tut dir denn weh? So was ist auch nicht cool? Guck mal, wie du aussiehst. Sag mal eben leise, ich möchte was wissen. Was habt ihr denn jetzt hier überhaupt gemacht? Gar nichts, wir haben gar nichts gemacht. Das sieht aber nicht nach gar nichts aus. Ich hab dich jetzt vorgefunden hier im Auto. Du blutest, hat das was mit dieser Internet-Challenge zu tun etwa? Nein. Mit der Augenbinde? Nein. Also halt mal dein Handy, ich ruf mal eben im Krankenwagen. Sozialarbeiter Johannes Tondera hat in den letzten Wochen im Jugendzentrum vermehrt von einer Challenge gehört, bei der sich Jugendliche mit verbundenen Augen in große Gefahr bringen und dies filmen. Er vermutet, dass die 17-jährige Sandy diesem Trend nacheifert. Die Rettungskräfte sind schnell vor Ort und auch die Mutter ist informiert. Sandy ist zum Glück mit dem Schrecken und einer Platzwunde davon gekommen. Mutter Jana ist verzweifelt, denn ihre Teenie-Tochter macht in letzter Zeit vermehrt waghalsige Videos von sich. Dieses Mal hat sie sich damit das erste Mal in Lebensgefahr gebracht und zudem noch eine Straftat begangen. Ich nehme an, dass es Ihr Auto ist. Das ist mein Auto, ja. Ja gut, dann kann ich Ihnen ja auch gleich nochmal den Schlüssel geben. Den habe ich nämlich abgezogen. Vielen Dank. Ja, erklären kann ich es mir nur nicht so richtig. Sandy! Aber die beiden wollen auch mit der Sprache nicht so richtig raus. Vielleicht haben sie eine Idee. Also sie möchte unbedingt hier Influencer werden und das mit meinem Auto wirklich. Das ist unerhört. Ja, das passt ganz gut zusammen, weil die sich auch gerade die ganze Zeit gefilmt haben. Ich musste der Chantal auch das Handy wegnehmen. Das hat ja bis jetzt alles funktioniert, mein Gott. Es war jetzt vielleicht ein Unfall so, aber ich meine, sonst wir haben Follower. Es ist alles klasse. Also habt ihr das jetzt alles hier gemacht, nur um irgendwie Follower zu generieren? Ja, ich werde Influencer. Ja, wir kommen ja auch groß raus. Man sieht natürlich in den sozialen Medien immer wieder Leute, die immer höher, schneller weiter kommen, als man selber denkt es zu können und versucht dann natürlich mitzuhalten. Da bieten sich diese Challenges an, dass man da Mutproben und bestimmte Sachen machen muss, um dazu zu gehören. Die Gefahr dabei ist natürlich, dass man sich da total übernimmt und wie wir es hier heute gesehen haben, das Ganze sogar mit einem Unfall enden kann. Für mich ist es jetzt wichtig, dass wir aus dieser Situation jetzt erstmal rausgehen. Wir können hier konkret kein konstruktives Gespräch führen. Deshalb biete ich ihn an, in ein, zwei Tagen, wir gucken mal, wann ich einen Termin frei habe, über die ganze Situation aufzuarbeiten, mit ihrer Tochter zusammen und dann gucken wir auch mal, was hinter dieser Influencer-Geschichte steckt. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß mir auch keinen Rat mehr. Jetzt nimmt sie schon mein Auto, also diese ganzen Sachen mit Herdplatte und Verletzungen und ich bin völlig... Okay, jetzt gehen Sie erstmal zu Ihrer Tochter, wir machen einen Termin. Euch das Ganze, das wird natürlich von der Polizei aufgenommen, die sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg. Bist du hier jetzt? Ja. Okay, dann, falls Sie irgendwie reinkommen sollen. Ja, ja, klar. Wir sind ja vier RTW1, falls Sie nochmal irgendwie eine Rücksprache haben wollen. Okay, gleich Bescheid, danke. Tschüssi. Tschau. Zwei Tage später ist Familienhelfer Johannes Tondera erneut mit Mutter und Tochter verabredet. Doch Sandy ist nach der Schule nicht wie vereinbart nach Hause gekommen. Über die sozialen Medien bringen die beiden in Erfahrung, dass die 17-Jährige im Park ist und bereits die nächste halsbrecherische Mutprobe vorbereitet. Sie haben sich ein Profil gemacht, damit Sie gucken können, was Ihre Tochter so bleibt. Genau, genau. Ja, okay. Damit ich einfach mehr die Kontrolle habe. Wissen Sie, seit Ihrem dritten Lebensjahr war ich mit ihr alleine. Wir waren ein super eingespieltes Team und jetzt plötzlich fängt es an mit solchen Challenges. Da oben ist sie schon. Da oben ist sie. Sandy! Sandy, komm da runter, aber ganz schnell. Mensch, du verletzt dich, bitte. Nein, Mama, ich mach die Challenge. Komm jetzt da runter, bitte. Das kann doch nicht wahr sein, bitte. Du tust dir weh, bitte. Es wird ganz gefährlich, bitte. Setz dich runter. Ich geh jetzt mal dazwischen. Ich glaube nicht, dass ich das Handy noch mal wegnehmen muss, so wie letztens. Es ist doch gar nicht. Wir machen jetzt mal in dieser Stelle hier Stopp. Ja, letzter ist aber auch anders gewesen. Jetzt ist doch gar nicht dabei. Setz dich hin, bitte. Setz dich hin, Mama. Ich sehe nichts anderes als eine gefährliche Situation. Komm, ich geh ins Handy. Pass auf, Mensch. Mama. Lass mich doch jetzt mal los. So, hallo erst mal. Wenn du berühmt werden willst, was soll das jetzt für eine Scheiße hier? Mama, das gibt's doch nicht. Weißt du, was da passieren kann? Mensch, immer was Neues. Also, pass auf. Eigentlich wollten wir uns ja zu Hause in Ruhe unterhalten, weil wir genau diese Situation vermeiden wollten. Dass es wieder so ein Punk hier gibt und dass wir uns streiten müssen. Ich schlage vor, wenigstens vier Minuten unterhalten wir beide uns und dann kannst du weitermachen. Einverstanden? Ja, dann mische ich mich auch nicht mehr ein. Ja, okay, ich mach das jetzt. Okay. Sandy wollte erst nicht mitgehen. Ich hab ihr ein kleines Versprechen gemacht. Ich hab gesagt, komm, lass uns vier Minuten quatschen und danach kannst du deine Challenge machen. Das ist natürlich ein Risiko für mich, denn ich wollte sie ja natürlich von etwas überzeugen. Das wusste ich ja nicht, ob das klappt. Aber manchmal muss man auch ein Risiko eingehen. Wie wichtig ist dir das denn mit dieser Influenza-Geschichte? Na, ich will berühmt werden und das Geld. Berühmt und das Geld. Und das ist alles. Das geht mit anderen Sachen nicht. Ja. Also ein bisschen hab ich ja auch recherchiert und deshalb hab ich hier dieses Tablet in der Hand. Ich hab ja gesehen, dass du auch gute Kommentare hast zu deinen Videos und so. Aber dieses Video vom letzten Mal mit dem Auto, das wurde schon rausgenommen. Weil der Betreiber gesagt hat, das ist zu gefährlich, das soll keiner nachmachen. Das würde mir zu denken geben, auf jeden Fall. Und hier hab ich ja auch die Kommentare. Die sind nicht alle gut. Es gibt natürlich ein paar gute. Aber hier steht zum Beispiel, würde so eine Challenge nie machen peinlich. Also ist das dein Berufswunsch, dass du sowas hören willst? Für mich wäre jetzt wichtig, dass wir deine Mutter noch mal dazu hören. Das war anders abgemacht. Das möchte ich nicht. Sandy! Mama, nein! Schatz, bitte! Also ich konnte ja sowohl bei dieser Geschichte mit dem Unfall als auch jetzt hier an dieser Haftpipe sehen, dass die Mutter doch sehr, sehr besorgt ist und sie beschützen will. Das war immer wieder zu hören. Die beiden waren direkt auf Zündung, wenn die aufeinander getroffen sind. Weil ich den Eindruck hatte, dass Sandy das gar nicht so extrem will. So, das musste ich jetzt mal rausfinden und da hatte ich eine Idee. Wir haben ein kleines Spiel gemacht, eine kleine Aktion. Es gab hier eine Slackline und ich hab gefragt, ob wir die benutzen dürfen. Und die Sandy sollte mal balancieren, aber mit Hilfe ihrer Mutter quasi als Zusammenarbeit. Soja, du verbündest dir jetzt die Augen. Oder vielleicht erst, wenn du drauf stehst. Und die Mama hält dich fest. Sei vorsichtig, sei vorsichtig, sei vorsichtig, bitte! Vorsicht! Moment! Sandy! Vorsicht! Oh mein Gott! Mama! Mensch! Mann, Mama! Was soll das? Du musst mich einfach mal in Ruhe lassen! Wegen dir bin ich gefallen, weil du immer so aufpasst! Du musst mich einfach mal gehen lassen! Also, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Ich hab jetzt Folgendes beobachtet. Erstmal, dass du gefallen bist. Geht's dir gut? Okay. Ähm, ja, ich hab schon gesehen, du kannst das ganz gut mit dem Seil, ne? Aber sie haben auch schon ganz schön nervös und ängstlich reagiert und das hat natürlich dazu geführt, dass du das auch warst, ne? Ja. Ich möchte einfach nicht, dass sie sich verletzt und dass es ihr schlecht geht. Mir geht's aber nicht schlecht, Mama. Wie kommen sie denn da drauf? Ich hab immer auf dich aufgepasst, Schatz. Aber ich werd auch älter. Wir sind immer ein gutes Team. Wir haben immer miteinander gesprochen. Und alles war immer gut. Und jetzt? Du löst dich von mir und machst so ne Challenges. Was soll ich davon halten? Ich möchte dich nur beschützen mit all dem. Aber doch nur, weil du mich nicht groß werden lässt. Du musst mich auch gehen lassen. Ich bin nicht immer dein kleines Mädchen. Also, ich fass das mal zusammen. Sie sind sehr lange alleinerziehend. Das haben sie mir auch erzählt. Und du hast dich wahrscheinlich auch immer beschützt gefühlt. Aber irgendwann ist man ja auch in dem Alter und du bist 17 Jahre alt, ne? Wo man auch mal selbstständig werden muss. Wo man nicht die Hand der Mutter immer hat. Und das wird im Leben immer so weitergehen. Und manchmal ist es die Hand, die sie halten wollen, auch manchmal die, die einen zieht. Und das hast du gerade gemerkt. Und das muss man sich, glaube ich, vor Augen halten, ne? Also, ich bin mir sicher, dass sie das nicht böse meinen. Aber sie müssen einfach loslassen können in Zukunft. Ich möchte einfach ihre haltende Hand sein. Das kann man ja. Aber die Hand, die hält, darf nicht ziehen. Und das ist das Problem, ne? Können wir uns vielleicht darauf einigen, dass wir in Zukunft ein bisschen weniger ziehen? Aber du ein bisschen weniger Risiko eingehst, um das zu kompensieren? Ich wusste nicht, dass du dich so fühlst, Schatz. Wirklich nicht. Ja. Es tut mir leid, dass ich dich immer so eingeengt habe und immer versucht habe, alles irgendwie zu kontrollieren. Es tut mir wirklich leid. Ja. Also, ich würde vorschlagen, nachdem wir das jetzt hier erlebt haben, haben wir das Problem zwar angesprochen, aber noch nicht gelöst. Ich würde vorschlagen, dass wir uns tatsächlich noch ein-, zweimal treffen und dass wir mal gucken, wie es weitergeht, dass sich jeder wohlfühlt in der Situation. Und dass es in Zukunft echt ein bisschen einfacher ist für beide. Weil für sie ist es natürlich auch schwer. Ja. Okay. Mutter Jana hat eingesehen, dass sie ihre Tochter nicht vor allem beschützen kann und sie Sandy ihren Weg gehen lassen muss. Die Gesamtschülerin veranstaltet seitdem keine gefährlichen Challenges mehr.